Und heute ist diesen 8 rausgekommen, um 10 Uhr war das Upgrade und ich bin gerade vor einer halben Stunde, also vor 5, 30 Minuten oder so online gekommen, aber ja, Upgrade war fertig, ist schon fertig geworden. Auf jeden Fall sehe ich schon mal einen Hintergrund, einen Vulkan und einen Pass gehen zu meinem Battle Pass, glaube ich. Banane? Eine Banane, okay. Ich war ganz lustig. Okay. 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 Ich fühle mich genau, das. Ich habe keinen Gott back. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Ragnarok hat abgenommen. Auf jeden Fall. Ja. Und... Und Meshida? So, da 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 da. So ist das ein Kultuschen? Das ist ein Kultuschen. Das ist ein Kultuschen. Ein Tisch? Ja, da läuft noch. Ein Tisch, hoffe ich. Ich will zum Piraten. Nein. 3 Skins Was ist das Stück? Kuss ich! Nein ich habe keinen Hut Eilke Grün Eilke Eilke Ich guck, hier ist er noch dick. Oder? Nee. Er wird komplett dünn gemacht. Lol. War aber dick. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schwöre mich. Ey. Oh mein Gott. Ich guck, guck, guck. Ich guck, guck, guck. Ich guck, guck. Und nun mal. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ein wochen so freundlich die Suche an Prozent irgendwas oder so kann ich gerade das musst du selbst was danke du bist so leid da gelassen oh mein gott was ist denn hier passiert was ist denn hier passiert heilige einfach ein vulkan ein vulkan einfach so einfach so ein vulkan das ist unnommal die geile die besucht unnommal geil sein h k k das hielt sie in 1 ist auch wenn jemand eliminiert worden ist Das hast du auch in dieser 1, 2, oder? Das ist der Kleine. Was? Die LP Puffi 3 hat mich gerade getötet? Hey, warte. Hallo? Julian? Nein. Julian? Ja, was denn, Mann? Ja, du hast eine geschaltäfte Pistole gehabt. Mit Elite-Agentin. Äh, Digga, warst du im Hundehüttenhaus? Ja. Hattest du Rote Ritterenschild auf? Ja, ich hatte diesen Ninja Skin. Was? Was hattest du als Loot dabei gehabt, wenn du den Loot weißt, glaube ich es dir? Na, ich hatte ein graues Sturmwehr, ich hatte ein Technical, eine Pistole, ein Technical, eine Pistole und Verbände. Und Verbände und ein Hänggleiter, äh, halt die Hänggleiter. Oh mein Gott, ich hab Sunny in der Runde getötet. Junge, hörst du dich verarschen? Ja, ich hab dich einfach in einer, Junge. Ey, Jufra, Digga, das ist dein geilste Kind. Ey, Mann, Digga. Ja, guck mal, Leichtum, guck mal, Leichtum. Ich hab... Ja, ich hab aufgerastet. Ey, guck mal, Leichtum, Digga. Du musst durchspielen. Oh mein Gott, Digga. Du hast den alten Typ da noch eliminiert. Und ich wollte ihm helfen kommen. Und du rasierst mich mit zwei Schüssen, ne? Mit deiner, äh, gescheiterten Pistole. Ich hab dir zwei, ich hab dir zwei Headshots gedrückt. Junge, ich konnte nichts machen. Bruder, Digga. Hast du dich auf anonym geschaltet, oder war ich einfach nur zu dumm hinzugucken? Anonym, anonym. Oh mein Gott, Digga. Ich hab doch deine Ehre genommen. Als oft geklärt hat die in eine Runde getötet. Der mit dem Infanterie-Gewehr, den hab ich, äh, der hat mich fast gekillt. Lachen, Bruder, der hat mich fast zerstört. Oh mein Gott, wunderbar. Schau's gleich aus. Ja, Jufu. Wenn du den Zaun auch gerade im Fall scheitert von die Waffen. Oh, Eloi, da hätten wir so'n Gansierer. Da hätten wir so'n Gansierer. Ach, die sind beim Rissen. Die sind beim Rissen. Die sind beim Rissen. Ich hab' nicht so scheitert gemacht, den Zaun. Von die Waffen. Bist du noch in der Runde, oder bist du schon? Ja, ich bin geläftelt. Digga, ich keinen Bock mehr. Oha, als... Ja, natürlich, guck mal, live streamen. Ja, mach... Ja, mach auf den Rissen. Ich kann's auch. Wir sehen nicht, als ob wir gleichzeit schon in die Runde gekommen sind. Das geht nicht. Ja, anscheinend schon. Das geht anscheinend doch. Ja, ist doch. Leute, hier hängen... Hier hängen tote... Bruder, was ist denn das hier für ein Killerort? Hier legen tote Hühnchen? Schinken. Tote Schinken. Wenn man sagt... Oh, was sieht man da? Schinken. Oh mein Gott, ja. Ja... Jetzt sind ich Eisbar... Ich zeig noch gerade... Ähm... Ich geh noch... Ich geh hin und dann kommst du auf einmal mit deiner Pistole. Digga. Aber ich hab gemerkt, sie haben die Scheibe dann mit der Pistole gepatcht. Ja, die ist richtig stark geworden. Also die sprayt jetzt richtig wieder. Das ist endlich mal was... Eine gute Neuigkeit. Jetzt zocke ich die wieder häufiger. Bei Tonveränder zockt der ja häufig noch mal Moda. Der ist damit übel, das ist scheiße. Ja... Ja, ich bin jetzt 60... Ich bin jetzt... 13 bin ich. Okay, dann lass ich dich nicht hochbekommen. Warum soll ich mich denn den ersten Tag hochkaufen? Ja, wenn... Boah... Bist du Cutdown gegangen, Jufra? Warte, komm. Warte, komm. Weil, Digga, weil... Weil im Moment hast du Danke gesagt. Ja, ey, kein Bock mehr, ja? Du kannst dich helfen mit deiner Pistole. What? Ach so, ja, ja. Ich hab recht gehabt. Das Driftboard wird nicht entfernt. Das ist zu geil, um entfernt zu werden. Hä? Spielwesen wird da aktualisiert. Hä? Ey, was ist die Wiesbunde? Hä? Oh, what the fuck? What the fuck? Lahn, pick dich mal, Junge. Komm mal her. Checker lassen, ne? Ich rass komplett aus. Ich kann das... Ich kann das nicht verstehen. Oh, Mann! Dass du mich echt gesöhnt hast. Oh, Bruder! Lahn und Platiner fallen an, Digga! Wow! Kein Bock, natürlich. Oh mein Gott. Ich höre dich noch. Ja, ich hab mich an den Sturm geschalten. Wir gucken jetzt ein Spielwesen. Wir gucken uns mal an. Wir gucken uns mal komplette Map an. Bye! Das werden wir richtig sehen. Hä? Hä? Das ist nicht. Hä? 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 Das ist ja wie Ding! Bleib doch Tränen! Bleib doch Tränen bei mir! Ja, das ist wie Kreativmodus-Spielwiese. Hä? Hä? Das ist wie... Hä? Das ist... Das ist doch dumm! Kommst... Kommst du bei mir rein? Kommst du rein? Ja, warte. Ich guck mal kurz in mir kurz. In diesem scheiß Vokan. Warte. Der... Ich will nicht diesen Vokan sehen. Dieser Vokan sieht übertrieben geil aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was mit... Du kannst da runter? Hä? Ausbeißen... Eine Match mit... ... einer Pistola... Hä? Das ist wie bei Kevin! Hä? Das ist wie bei Kevin! Warte mal... Locker Explosierte in der Vokan irgendwann! Kann ich mit dir wetten! Ach... Schade! Hä? Die können aus... Die können aus... Die können ausbeißen. Ja, ausbeißen. Ja, meinte ich. Hä? Ich hab gedacht, man bekommt Schaden! Wow! Das ist richtig geil geworden! Hä? Das ist... Hä? Ich finde nur... Diese... Diese Anfangsskins... Dieser Pirat, gell? Was machen wir mit der TÜV? Und ähm... Oh äh... Sani, ist es kurz okay, wenn ich eine Runde Solo spiele? Ja, mach! Ich habe seit... in den letzten 25 und in der Runde... Ja! Oh ich ja... Ey, KAT mir mal. Heyboxom! Der Jennz. Ach da, alright! Der 2021 sommarealoster. Hey, die Rickertool hört sich jetzt anders an. Loll Naja, ich weiß! Das hat sich... Die Sounds haben sie ja geändert! reverberativer der bollieren Hey Junge! Aber... Aber... Sani, was man sagen muss, die Season ist jetzt nicht für die beste Season. Nee, hab ich ja nicht gesagt. Nee, also ich sag's nur so, auf meiner Sicht, ich finde die Season nicht. Muss man leider sagen, ist es die zweitschlechte Season. Sie könnte geil sein, sie könnte ja geil werden. Also könnte noch geil werden. Also ich sag nur eine Season, da hab ich's nicht vollgekriegt, den du hast. Genau, jetzt weiß es. Season 4. Es ist die absolute Hass-Season. Ich hasse Season 4, es ist Fakt. Season 5 fand ich sogar besser von den Skins. Hä, was war nochmal Season 5? Season 5 war die Wüste, da ist die Wüste gekommen. Hast du Ragnarik, Ragnarik-Scheiße? Ja, das ist der einzige Skin, der geil war. Carbide, hässlich, Omega, wenn man ihn nur voll hatte, aber sonst ist er hässlich. Außer in dieser dritten, zweiten Stufe, den ich heute nicht mal spiele. Den finde ich dann in der... Der sieht wenigstens besser aus als der auf Stufe 5. Ja, ich komm bei dir rein. Ähm, was auch noch? Was noch scheiße war. Also sonst eigentlich... Season 5? Alle Skins? Sorry, ja, ist... Finde ich jetzt ein bisschen cooler als früher. Sorry, äh... Ja. Was? Was? Okay. Orgasmus hast du. Ey, welche... Kann mal gucken, welches diesen Fahrtschirm hier... Also in dieser... Welchen Fahrtschirm es hier gibt. Hast du den schon? Nein. Wie sieht denn der aus, weißt du das? Ja, da lasst du ein Duo machen, oder halt ein Squat, kein Name. Ja, von können wir ja ein Duo zocken und nicht mehr rumkriegen. Weil ein Solo... Ja, ein Squat können wir es auch machen. Also das ist nicht, was du angenehm findest. Ein Squat? Ja! Ja, ein Keks? Ein Keks! Ja, bitte den Keks! Ich esse gerade Kekse. Ja! Ja! Hä? Ist das... Äh, warte mal kurz. Ist das nicht was Positives? Äh, 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 äh? Das... 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 Also positiv für dich, dass du attraktiv bist. Ist das nicht was Positives? Soll ich das... Ja, dass du weißt, du bist attraktiv. Also, ja. Ah, ne, bist du aber nicht. Wer kennt das, wer am Anfang der Season ist und so verpeilt ist? Genau, wir! Aber ich muss sagen, es ist wirklich verpeilt, die Season. Alter, ich freue mich schon auf den Eis. Und jetzt auf einmal wurde Sani von Dings getötet. Oh mein Gott, ich wollte den Dings getötet. Wer ist deutscher war? Ja komm, ich habe gesagt. Tückisch. Tückisch, schnitzel. Hey Digga! Hey Digga! Hey, Sani! Ja? Warte mal, du bist Türke? Nee, doch nicht, ne? Oder? Nee. Hä? Ist deine Familie gerne Döner? Dann kauf mal Döner. Deine? Ja. Ich hab also Hunger auf Döner. Wie scheiße, ich hab auch Hunger auf Döner, Döner? Dann bestell doch, dann bestell doch bei Lieferando.de. Du bist schnell bei Ebay. Um Döner. Um Döner laden. Dann wieder hin und sag, kannst du wieder kostenlos geben. Jetzt, dann gibts noch in Besorung. Nee, ich hab ihm nur unterstützt und hab ihm 5,50 Euro gegeben. Das war ein Big Döner. Und danach zwei Tage Bauchschmerzen. Weil ich mir zwei Tage hintereinander einen Döner reingezogen hab. Ach die Scheiße. Bruder, ich hatte schon nach dem ersten Döner Bauchschmerzen, das ist Fakt. Vor allem zur Zeit in meiner Stadt sind die Preise ja hochgegangen. Es ist Fakt, aber... Leute? Wie viel kosten bei euch ein Löhner? 5,50 Euro, also der Große. Der kleine... 5,50 Euro, der Große bei uns kostet jetzt 2,95 Euro. Ach die Scheiße, hä? Ist murchtlos. Normal hat der jetzt, hat der da 5 Euro, äh ne, ich bin immer 5,50 Euro bei den Ü-Unternehmen. Oder ich ein bisschen weiter weg hier. Hat der mal früher 4,50 Euro gekostet, war ich auch noch einverstanden damit. Der Große. Und da hat er 4 Euro gekostet. Da hat es hochgestellt auf 5 Euro und den kleinen Döner auf 4,50. Äh, Laden, Digger. Da sind die Preise hochgegeben. Oder ihr? Ihr kennt das? Laden, Digger, was... Bei uns gibt es sogar Kinderdöner. Ja mein, Digger. Ja, bei uns auch. Aber, Bruder, ich hab einen so großen... Mann, weil ich... Ich wusste gar nicht, wer... Ob man hätte das rumknapsen. Juga, bei... Bei uns ist es ja noch schlimmer, Digger. Hältst du wieder das Gebäude enttätet? Ey, ist dir die ganze Zeit so ein Loot-Up auf der Karte? Ich weiß, dass du das schaffst da, den du mal tief hast, glaube ich. Dieser Fettaktor. Ist da was geiles drin, ne? Keine Ahnung. Vielleicht werde ich ja zu Thanos. Das kann ich mir vorstellen. Oh, das ist Infinity Blade. Oh, das ist Infinity Blade. Oh, das ist Infinity Blade. Vielleicht wurde es ja gestohlen, Lahn. Kabel? Telekom. Telekom-Kabel. Bruder, Digger, das merkt man direkt. Das ist ein ordentlicher und ausgehend, Digger. Der die Aufgaben nur gemacht hat, um sich den Betten... Komm her, du. Oder der Tomlin. Oder witzendes Wissen. Weil er gespielt hat wie Noskin. Der hat zwar ein bisschen so gebaut, die ist das Ananas. Aber er hat gespielt wie der letzte Bob. Und jetzt muss ich mir leider nur... Und jetzt muss ich mir leider eine Siegel einpacken, obwohl ich keinen Bock auf die habe. Aufgabe. Füge die Knie in einem Verlauf eines Menschen schadet. Hey, die PUBG ist nicht scheiße geworden. Ach, komm, Digger. Ja, ernsthaft, Fortnite. Äh, also Epic Games. Was? Äh, also Epic Games. Die hätten die Minis wieder auf 9 oder so machen können, Digger. Ach, boah. Ach, boah. Ach, boah. Äh? echt hätt ich nicht gelacht da kommt er noch das blatt was du blabst es gibt es vorher frei was kann ohne ja ich bin der neue deutsche hallo das sagt man nicht ich weiß noch wo wir in diesen drei gespielt haben und wir es war zwei gegner noch die zeit gegner geteilt und der letzte gegner da bin ich raus geflogen wegen irgendeinem fehler und macht natürlich ein lebenssieg oder oder wann die weiß noch wo wir beide wo ihr gestorben ist und wir beide noch das war nicht mehr viele deswegen doch nicht oder wenn man denkt der wolf ist no skin digger besser mann um mein gott jahres raum tipps zappa ich kann auch mein gott sohn kann ich ja keine ahnung was digger mann neuer mann neuer alles klar oder so die sohn brennt wie mann neuer timo werner ist ein hurensohn nein das verstehe ich irgendwie gar nicht warum die den als hurensohn beleidigen ach kommt das oben ist doch einmal aber ich scheiß gerade auf den alter der verreckt so an der zone weil er da oben bei dem noch bei dem mann schon verständlich ja auch wenn ich jetzt in hohe trägst durch du bist ein ehrenloser warum warum ah Junge pack lebt oft pick dich doch mal hallo das heißt jemand ja oh Junge Digga 31er Hit 31er 31er Junge du bist ein kleiner 31er Junge Digga 5 und nichts P gekriegt da kann ich jetzt mitspielen äh bei dir ja jetzt ja bin fertig bin tot ok ja dann lass ich meinen ja bin vergewaltigt worden aber richtig heftig Junge nein ach stimmt das wäre leicht jemand ne ja oh man keine Ahnung Bruder keine Ahnung ey ich hab einfach vier neue Sachen gekriegt auf einmal in den Schiffen 10 Null oha Digga ich könnte mir auch heute hin soll ich mir nachher Pfadfinderin holen weil wenn ich heute noch ein bisschen spiele warte mal 600 600 wenn ich ein bisschen mehr Geld spiele 800 aber irgendwie würde ich mir die halt auch nicht kaufen weil es ist halt ein bisschen Geldverschwendung ich ja weil ich will mir irgendwie noch einen richtig geilen Tanz holen ich habe den direkt dann kleines kauft Ah Oh hau da hau da Eh welch eigentlich Cash Ja so ich bin krass in dem modus ich habe schon mehr ich habe schon mehrere malen echt hätte ich nicht gedacht denkt ihr dass diese flohnen wenn ich entwederin reinkommt oder etwas fake ist er hat texturen geändert bei tiktok ich weiß es kommt niemals rein aber irgendwie habe ich das gefühl dass sie im frozen irgendwann kommt ich will ich denke das irgendwie nein guck mal hat einfach texturen geändert manche leute ändern auch die texturen nicht fliegen nicht fliegen hier das jetpack verbraucht automatisch ja das ist mir schon aufgefallen was mit dem bus ich bin wunderbar ist noch kaputter geworden ich bin ehrenlos geworden wohin ja schon dahin ich will da mal hingehen hey was das hey wenn man mal käse was ist das wie es neu ja das zeigt du bist ein Flugzeug oder was bist du ein Flugzeug das ist ein Flugzeug bist du ein Flugzeug ach hört sich an wie ein Flugzeugteil ne ja so oder ich oder ich oh mein Gott das ist natürlich oh was macht der voll verpackt digga ich hab ihn oh Wassergasiere digga hast du Wassergasiere Grasiere Grasierapparat Grasierapparat Irgendwinter ist ein Radierapparat hinter uns ach das war der Schwarm hängen ach komm digga du kleiner Geier dafür hab ich ne grüne ach komm das war ne Lampe digga ich hab grad gedacht das das war was wäre das war ne Lampe oha welcher go ist hier bei mir ich bin in dem Haus du klein ach du scheiße digga was hat die denn für den Rumpstoß was ist das Lan Kanone digga Lan Kanone Lan Kanone WLAN Kanone digga eh Telekom Kanone hey Unlum geh mal weg gönn dir hier auch gönn dir ne Kunden Deck haste ja Unlum aber ich hab's mehrere los von dir Bruder ich bin krass Bruder ich bin krass du bist nicht der Wester ich hab sogar mehr aim als du digga ich hab sogar ich hab sogar einer mit 500 wins digga Lan Alter Anna hat grad schon für meine Stinkbombenkasse Fischel 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 bei Jumping hab ich grad unnötig eingesetzt weil ich Ladenkabel brauche als Ladenkabel digga wenn man erstmal behauptet es sei ein Ladenkabel ah nein digga ist ja ne Tür nein das ist Internet Juck was hat der Schild digga nein digga das ist für die Kehlen lassen sollen oh lass mir den Schild aber ich bin so oder so one Shots deswegen fuck off das Blackout hey ich hab Popka Muni oh lo ah ist der ein es suck mich Fortnite oh Lan ist doch gegen oh Junge also Übel zu den jetzt kassiert denn wo ist denn noch einer bist du denn das ist denn hier einer hier hier krabbelt ja einer die ganze Zeit drum der ist da einer hast du ihn? oh jawoll ich hab den Schild gekriegt dafür Achtung hier kommt noch einer Wallah da ist noch einer Wallah Habibi hier ist noch einer Kassier's digga Kassier's digga Na digga er hat kassiert da ist noch ne Uuff gold gold ha 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 lo an das soll kunst Boah tschüss Lade mal 3 mal du und deine dicke neue Kanone digga blö Lade die wo ist denn digga hier oben hä Acht der Junge Hä? Bruder, was ist das für ein Fuck eigentlich? Oh, ich dachte, das ist ein Baum, Bruder. Hallo schon? Nein, du... Hä? Das geht nicht. Junge, mach was mit dem... Machen wir mit dem Hellzeit los, Junge! Sie knifft, dass die ganze Zeit rundig... Hey, bitte mal... Hey, ja, ja! Ja, mach du das! Ich kann aber auch keinen hängen! Junge, häng! Ja, Digga! Ja, ich weiß, du musst natürlich auch... Äh, das Ding, du musst da wegmachen! Schockwiff, schockwiff, komm, komm! Ich fahr hoch! Äh... Ich hab grad hochgebracht. Ich hab auch noch welche gefunden. Ich hab auch noch welche gefunden. Ich hab auch noch welche gefunden. Drohhähnchen! Drohhähnchen! Ey, komm mal, dann kannst du hochgehen! Dann kannst du hochgehen und... Ja, ja, ich krieg's denn hoch. Oh, oh... Land, da sind welche! Oh, bitte... Ob sie uns pushen? Kein Plan, Digga! Lass mal abhauen! Komm mit! Lass sie aus dem Wassergasium... Lass sie aus dem Wassergasium und zerpissen! Ich helfe dir! Hihihi! Oh nein, ich hab dich vor mir... Ach, du tschuldigung... Arbeiten? Hast du den anderen? Oder was? Nee. Der andere ist noch verreckt. Oder? Der geht mir bitte mal ein Dittpapier. Oh, Lahn, Digga. Was kannst du denn da jetzt? Ja, weil er hat er abgestopft. Oder, Digga, was für abgestoppt, Digga, ein 88er. Hättest du denn nochmal ein 110? Und was ist denn abgestopft? Ah ja? Pizza? Wo denn? Na da, drüben. Komm mit. Ach, da. Ach, die Haare an Pizza. Ja, lass einfach, lass einfach so'n, Digga. Komm mit. Was ist denn? Na, wir müssen zornen uns. Oh, Lahn, da liegt ein Minis, Digga, ich geh. Ich geh schon auf den einen Minis, Digga. Vielleicht zornen uns. Na, zornen, Digga. Bruder, zornen am Arsch. Oh, da. Guck mal, da. Lahn, lass einfach... Lahn, seid Ehrenmänner! Lahn, hör auf den Schießen. Lass die Zone gehen. Leute! Wie sind deine Familie hier? Aber du bist ein Fake-Fußball-Spieler! Das regt auf, um den Akkoll. Finish ja kurz, dann gucken wir ja nicht. Komm, jetzt renn, jetzt renn, jetzt renn. Ich muss ein Sohn. Scheiße, Fake-Fußball-Spieler, Digga. Junge, wer hat sechs Skills, Digga. Sechs Skills! Sechs Skills! Sechs Skills! Ich hab zwei. Insgesamt? Deswegen ja, ich hab vier. Lass ne, lass ne... Du hast vier oder sechs? Hä? Ich hab vier. Du hast zwei. Ich krieg's. Komm, wir sind Quadram, steig schnell mit mir auf. Wo denn? Los! Komm, na 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 na! Ohhhh... Mach Wurst, mach Wurst. Wurst, wohl nicht schnell, hier, Digga! Ich hab... Nein! Was machst du da? Komm! Ich hab... Ich hab gedacht, wir hat das Luft zu filmen! Oh Gott! Oh Gott, Ey. Ich hab wohl nach den Spruch�cher. Kann doch... Zu Tone springen, Digga! Nein, das ist keine... Nein, das ist kein... Der ist kein... Der verschwanden aus geht, Digga. Oder der verschwanden aus geht, habt ihr es gesehen? Er ist tot. Oh nein, Digga muss außen rumfahren. Tschüss. Der kommt, der kommt, gell. Digga. Aber der kommt. Okay, jetzt können wir absteigen. Ah, nee, wollen wir draufbleiben? Ich zeig euch vor allem die gute Abfahrmöglichkeit. Wie los, Papa? Der ist so oder so. Ah, I can't fly! Oh, hier, guck mal. Genau hier habe ich schon eine Gebäude. Genau hier. Warte, du. Oh, ja, ich kann mitnehmen. Ach, kann auch, okay, dann nimm du mit. Warte, bitte. Ich bin dabei. Ist das die Bandys? Ey, nimm du die Bandys mit, okay? Ups, ich fahre noch mal runter. Wenn du die Bandys mit, doch mal kurz die Minis. Dann möchte ich die Minis mitnehmen. Weil, Bruder, bei Bandys sind es fack wichtig, Digga. Die retten uns am Ende noch das Leben. Ach, hast du? Okay, komm, steck auf. Nimm mal, Digga. Lass immer nach. Lass immer nach. Ist alles okay. Ich hab's ja nicht gehört, wie du Doppelvary. Hast du's gehört? Loll, guck mal. Das ist mein Auto und... Ey, Judo, was habt ihr mein Auto hier gestohlen? Ihr habt mein Auto geklaut? Ey, nimm den, kannst du, kannst du, kannst du Dings mitnehmen? Der ist Medikett, oder? Das, Dicke, das, Dicke. Oh! 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 Sorry. Hier, dafür darfst du dir aber ein BG gehen. Und zwei Minis. Warte? Und zwei Minis. Alles gut, du brauchst dich nicht zubauen hier. Oh, sorry, ja. In Notfall, in Notfall, Pumper. Hey, guck mal, ich geh mal kurz leise. Was ist los? Was ist los? Warum, was ich mitnehme? Hast du mir die Kipp mitnehmen? Hast du nicht gehört? Hey, gewohnt mit... Hast du das für Medikett, jawoll, hast du! Komm. Ne, wir suchen weiter. Ich hab' noch ein volles Wack, äh Jetpack? Was? Ich hab' quasi irgendetwas gehört. Ja, guck, das meinte ich. Oha, Digga, der zu so n' fast volles Jetpack, der ist. ja ich glaube er kommt zurück Der ist da hinten. Ah, beim Wettbewerb. Warte, der ist kassiert. Laden, nach Seitenabbau. Er kommt runter. Sauber, hast du. Schnell, Käse. Bitte, Deco. So, bock, bock. Nimm den Schmiddick und die Bandys mit. Und den einen Bandys. Hab ihr das hier gemacht? Nein, Digga, der hätte es mir lassen sollen. Wie viel hast du? Wie viel hast du? Ich hab 5, nur 5, dann 9. Oh mein Gott. Irre, komm, Irre, da ist Bauchheit. Guck mal, was ich gefunden habe. Haftkanaten. Können wir pushen? Die sind alle low. Hinten. Und was sie nachladen, Digga? Hinten. 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 Ich schau noch kurz, ob der irgendwas an Heel dabei hat. Ach, egal wo der jetzt kommt. Fünf? Wie viel? Du? Sechs. Was? Junge, bei uns läuft es richtig. Da hinten ist einer, da hinten ist einer. Da, 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 da. Es sind noch zwei Zonosspieler, wir könnten easy win holen. Der muss jetzt anstrengen. Achtung, der Play ist locker in der Falle. Achtung, über uns ist er noch. Ah, er hat immer einen Hengladder, ich hab's gesehen, Digga. Ich komm zu dir hochgeflogen. Ist das sicher, was geht ab? Komm, lass hochkommen, lass hochkommen. Bruder, wir machen Bau-Falz, wir machen Bau-Falz. Das ist ohne Rennen, Digga, okay? Ich? Ich glaube. Ja, die machen beide Bau-Falz, Digga. Ey, komm, lass den einen Pushen. Nein, lass den, lass den, Bruder, lass den. Oder, ich mach den Tanz, wir haben ja Zeit. Ich such grad'n Tanz. Ich such grad'n Tanz. Ich such grad'n Tanz. Ich such grad'n Tanz. Komm, lass Zone ran. Wollen wir den nicht töten? Nein, das ist schön, Digga. Der kommt, der kommt. Das leben doch noch, die beiden. Die beiden leben doch noch, deswegen. Komm, der ist bei mir. Oh! Toll. Wo ist der? Hat Hit. Und tschüss. Das ist der Letzte. Bella, komm. Ja, der ist da oben, der ist da oben auf dem. Epic Win, ne? Komm, lass hier unten, chill, lass hier unten chillen. Hey, wir haben Epic Win. Nee, nicht ganz, der ist auf der einen. Doch. Baa, warte, warte, warte. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Na? Ah, hau! Halt! Hallo Beer! Hello Beer! Hello Beer! Hello Beer! Oh, pass be. Oh, scheiße, wir müssen hoch! Hast du- Ich hab- Ich hab' keinen Jumpit. Hast du'n Jumpit? Schau' mal nach. Nein, komm, lass' hochgehen. Lang, Bruder? Wie geht's dir? Hä, was? Oh! Oder einfach so ein Stop-Wave-Fuck-Renades. Komm, ich hab ihn, komm ich! Ja, ja, ich hab ihn gesehen, den neuen Geheinglider, der hat ihn. Komm, ich bin zack oder so? Nee, komm, ich geh kein Risiko ein. Oh, ne, mir ist er, Digga! Wo ist er denn? Bei mir, hier oben. Bruder, hör auf! Das nehmt ihr! Da! Er ist da unten! Da kommt Epic Win. La, Digga, was macht er da? Komm, Epic Win! Ich hab acht, wir haben 13 Kits. Ja, Mann, oh mein Gott! Juffre? Wir haben Epic Win geholt, Digga, wir haben den neuen Heinglider. Sag dich doch, Juffre! Deswegen, deswegen sag ich ja, war er, äh... Uh, sauf, 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 sauf. Komm, und an die Däger. 13 Kills. Sehr gut. Auf dem Weg nach oben! Es Kills, Kills! Hast du gesagt, du tiefer brauchst, Junge. Das kommt neue Henggleiter, ist da. Junge, das kann aber im Schleim liegen, du Wichser. Ach, Junge, das kennst du nicht. Junge, da hast du, hast du ja nicht. Das ist ein Schleim, da äh, bündet sich Schleim in der Lunge. Und das muss ich irgendwann auskotzen und das merkt man so ein bisschen. Palmenblätter, Bruder. Was ist denn das für einen? Oh, oh, was? Tschüss. Tschüss, Digga. Oh, Digga. Ramm, Digga. Easy win. Oh, zwei Sachen geschenkt, ja, zwei Sachen. Was will ich zwei Sachen geschenkt? Na, als der Bälle passt, meint ich. Schuh. Ja, Bruder, ich hab eigentlich davon geputzt. Wir kriegen richtig Gewinnfarben. Der ist deswegen jetzt, Digga, das weiß ich ja gerade. Guck mal, es ist erstes Tag von Battle Pass. Was machen wir, wo es direkt erstes Tag von Battle Pass einen winnen? Anderes haben wir ja nichts zu tun. Ich mach den neuen Hangleiter an, obwohl es nicht so geil ist. Aber der neue Hangleiter hat endlich Sound. Ist der erste Sound Hangleiter. Abonniert. Warte ich mach Patente noch rein. Ähm. Was ist denn? Schuh. Gut, gut, gut. Auf dem... Oh, Moment. Äh, komm. Bruder. Vor allem, ich finde der Job ist... Fischstäbchen ist eigentlich geil, den würde ich eigentlich voll gerne auch kaufen, ich habe sie ist der geil die unterbreitung kann ich nicht sagen wir haben ja wir haben ja erinnert so nun muss schütteln 1 ab die stadt muss die reihe ja was mit anwalt wieder auch noch und hautnah mit dem mann im geil oder mit nico ist ja ja ich spiele öffentlich hautnah ja junge da kann ich vielleicht nachschritten später ok ok dann gehen wir kurz wieder um ok dann zock ich nur runde mit ihm hautnah damit wir vielleicht ok mach kurz vielleicht geht zu den nasenskultionen einer ist bei dem ich genau so sieht es aus einfach sieben scheiß bahn endlich hat endlich hat mal einer ehre ich hab ich war früher mal ein fan ich muss sagen der regen schon gefällt mir das fakt ist echt geil also er macht trotzdem augenkrebs ich hatte jetzt in zwei wochen ersten sieg aber nicht direkt ersten tag ja draußen ist und gp und dann ist ich muss auch sagen in hautnah bin ich sehr krass ich hab mich gerade gesehen ja wie viel hattest du Prozent wie viel ich sieg in hautnah hatte nein wie viel äh dinks um es sagt äh 8 das macht die die an die die sind gleich noch was nicht gekillt ja ist okay bist du gerade runde dass sie da wollen richtig zu sein du kannst du kannst also sagen wir können das schalter spielen ja okay ja aber ich war damit dass ihr wenn wenn ich mit dir jetzt geholt habe dass ich dann kurz solo gehe dann zockt ihr beide erstmal hautnah oder so und dann gehen und dann wenn ich die aufgabe fertig habe ich meine tagesaufgabe ok bis gleich ich sag mir nicht gleich also der fahrt sie trotzdem der fahrt sie damit das war passiert Ahoi! Guck mal, wer passt denn da? Kannst du denn das? Stopp aufschlagen! Tropenhaus? Ey, Sani! Freust du dich auf diese letzte Tarnung? Das sieht sick aus. Von diesen Piraten da. Leute, das... Ich sag dir kurz, die heißt... Die heißt... Edelstein. Teil des 24 Charaf-Sets. Ach so, ja! Das sieht bombe aus. Okay, jetzt haben wir noch einen Wind. Ich mach mir Kohlefaser und Gold rein. Passt da ja nicht an den Agent. Aber Juffro... Du darfst jetzt nicht die ganze Zeit pushen gehen. Du darfst jetzt nicht die ganze Zeit pushen gehen. Also ich und Sani haben am Anfang als Push gespielt. Und dann haben wir taktisch gespielt. Ja, Junge! Wir haben einen Siegkurt, in dem wir taktisch vorgeschlagen sind. Und ich den gleich so... Das war so gut! Das war so gut! Also... Wenn du nicht die ganze Zeit nur auf Kills gehst, kriegen wir Easy-Win. Also jetzt nicht, wenn jetzt... Wenn jetzt geht nur Kämpfen oder so und die Zone kommt. Zone gehen. Pinesen Park? Ob wir das schaffen? Ist jetzt eine Win-Win-Situation. Wir sind ja hinter... Obwohl das auch schon gefährlich ist. Wir sind dahin gegangen. Wir mussten von da... Bis dahinter. Nach das Ziel. Nein, Paradise. War doch die Endzone. Ja, aber gut, wir hatten den Quart. Ja, ja, schau mal. Ah, den Zauber hast du gehört, oder? Das stimmt. D-Dim! Scheiße, ich bin worden. Du bist ja okay. Du kannst dich ja nicht überraschen lassen eigentlich. Ja... Weil wir wollten eigentlich auch Erdung. Ja... Du bekommst den. Ja, okay. Hört? Kannst... Kannst du machen, aber solltest du an deiner Stelle behalten. Ist zwar nervig, aber rettet ihr später den Hintern. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Ich hab die Gewinn... Granatorense zu einem justamente getroffen. Du, du Opfer, Junge! Du bist so ein Opferkind, Digga! Bist so ein Opferkind! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ehre genommen! Alles cool ist der Schritt bei der Hausmacht, kannst du endlich deine Jetpacks austauschen, die mit den Gegnern funktionieren auch. Ach, da warst du ja nicht dabei, bei dem Raubarmutschluss. Schaut doch, er pennt einfach mit Havobot rum und dann kassiert er so einen schönen... hat kommt aber ich frage mich habe ich ihn getroffen oder lag die da schon was denkt ihr denn denkt ihr getroffen random oder einfach nur aus oder gegen und ein Auto bei dir ist einer oder? ich komme ok gut ich stehe dort ist nicht das war mal irgendwie klar dass du da flach hier brauchst ich kenne dich doch nicht so gut ich kenne dich doch nicht so gut ich kenne dich doch nicht so gut komm ich kenne dich doch nicht so gut 4 ich sehe ist der baum oder entfernt was denn kannst du nicht kannst du kannst du kannst du noch wenigstens mitnehmen hast du in so eine Taktik gesehen standort und der Peck aushaufen und und Powerboot und Powerboot tschüss du Luder wir sehen uns jeweils in der Hölle oh da ey ey I can fly und davon wie geht es dir so mit Farben wenn du das Hammerboot haben willst dreh dich im Kreis oh da ist ein Lutjub ich geh da ich fahr da kurz hin mal sehen ob ich da was witziges finde die scheint mir so unnötig zu Zeit zu Zeit genau zu Zeit ach komm ich komme ich hab gehofft dass da jetzt ein Biggie drin ist ich komme ich komme komm von oben komm komm noch hin nach oben komm noch hin ich hab schon in der Luft digge hier liegen noch hin äh ich leg ah Gang Nimm. Noch mal zwei Minis. Ob du wieder aufstocken kannst. Verbände. Oh, das kriegst du mir ein Jumphead. Das kriegst du mir das Jumphead. Ja, ist schwer. Ich würde an deiner Stelle nicht ausprobieren. Okay. Okay, mach das jetzt. Legt jetzt keiner an die Tür mit Stürmen? Schon scheiße. Oh, das führen wir kurz auf. Ah, das ist mein Hoverboard. Komm, wir fahren los. Ich glaube ein bisschen weniger. Aber das stört ja keinen. Eigentlich sind Hoverboards das beste. Also Fahrgeräte in dem Modus. Weil du kannst dich einfach damit so abziehen. Alter. Die Gegner treffen mich vielleicht. Geben dir vielleicht mal einen 10er Hit. Und dem du ihn... Alter. Komm mal mit. Bruder, guck mal wie viele Lootups das sind. Das sind drei Stück, Digga. Lass mal da hin. Wie viele denn? Boah. Dann zock keine Jobs mehr. Jetzt kauft... Jetzt kauft ihr eine ganze Garage vor der Mercedes-Farm. Gehts. Huihi. Nein, Spaß. Aber das ist kein... Oh mein... Was soll ich weglegen, Bruder? Was soll ich weglegen? Ich habe sechs Minis. Warte mal kurz, Bruder. Hör mal kurz zu. Soll ich Grabler ablegen? Sechs Minis? Oder fünften Verbände für zwei Biggies? Nein, warum habe ich jetzt nicht? Ach, ich lege mir den Scheiß Grabler ab. Ah, das stimmt, dass er nicht voll live ist. Ey geil, ich habe einen Biggie. Der Biggies. Äh, ich bin noch schon da. Ich bin noch schon da. Ich bin noch... Uhhh. Ups, Alter. Soll ich meine Pappen kommen? Den Pappen kommen will keiner. Ich bin in den Heft. Äh, jawoll! Ich habe noch einen Biggie! Äh, das war halt jetzt. Ich habe schon 15. Warte? Ja, ich muss kurz gucken, ob ich noch eine zweite Waffe finde. Hui. Wie rufen die überhaupt welche? Ist die überhaupt keine? Noch neun Leute. Nein, oder? Ja doch, ist eigentlich wel easy hochzukommen. Mein Problem ist, die können ja eh keinen runter schießen. Ach, sie kann keinen, der Sky Bales bei uns. Oder? Ja, das ist doch ne geile Sonntag, was dazu geht. Ich muss sagen... Nein, warte. Digga, chill. Ich komme zu dir. Nein, da sind noch welche! Oh Gott, chill vor. Lass dir chillen, lass dir chillen, Bruder. Hast du nicht den blauen Eiskunig angehaltet? Ja, gut. Hallo. Das war geil, wie wir ihn gekillt haben. Ich darf ihn. Oh nein, oh nein. Ja, meinte ich gerade. Ich will ja eigentlich gar nicht spielen. Junge, was kann ich denn dafür, wenn ich ihn auf einmal vom 63er hättet. Achtung, hinter dir ist das Kaninchen. Oh! Ich will keinen Schaden passieren. Ich finne schon kurz aus den Typen, damit du verpiss dich. Achtung, da kann schlappen, der Wichser. Der ist unten. Harbin. Ich hab keinen Lüpfchen. Ich hab keinen Lüpfchen. Simoni, hat's jetzt 361? Ey, wenn einer genockt ist, läuft den anderen trappen, okay? Also du trappst den. Hey, wann wir unten beim Nessi setzen, Digga? Ich dachte, du hast den gesehen. Oh Gott, die werfen Dynamit. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh Mann, 11. Ja, das sind aber noch zwei. Das ist doch noch ein Boh. So, Team. Robin, komm, ich weiß noch, dein Letztes hinter uns. Ich schicke ihn einmal an. Ja, er hat doch Schild leider. Er ist abgehauen. Ich hab noch, ich hab noch, ich hab noch, ich hab noch einen Jumpit. Was ist denn jetzt hin? Hä, ich hab jetzt jetzt abgehauen, Digga. Hm, der wollte irgendwo kommen. Ach, die werden wir so noch finden, alles gut. Ah, hier sind Pilze, wenn ihr erstmal die Pilze. Hey, ich bin gerade bei dieser Brock. Egal, Digga. Und hab dich schon gewinnt? Vielleicht ist nur noch ein einziger am Leben. Oh mein. Wir haben neun Kills insgesamt. Wenn Jufra jetzt noch den einen Kill macht, dann haben wir insgesamt zehn Kills. Ich weiß, er ist total bärvoll. Wetten. Er könnte auch in der Tankstelle sein. Ich weiß, wo er ist. Ich denke, guck mal, da. Wir sind, Stein, Stein, Hälfte. Stein, Hälfte. Oder? Wie viele Traps hast du? Ach, komm schon. Wo ist denn der? Ah, wir sind in der Zone, ja. Entweder wird er in der Zone gleich sterben. Hallo. Hi. Ich mach halt Live-Stunden, gell? Ja, ja, okay. Erster Tag vom... Erster Battle Pass Tag. Direkt epischer Sieg, ja, Mann. Ja, ich eröffne, ich hab sofort so erste Runde in der Solo. Sofort 13 Kills pro Sieg. Also, das war so heftig. Das hab ich auf YouTube gemacht. Ich glaub, ich hatte fünf, oder? Ja, du hattest fünf, ja, genau. Ja, ich hab das sogar auf YouTube, also, kann, das ist ein Beweis von keiner, weil manche glauben halt, dass Prenzler, die sagen, nee, Digga, er ist niemals besser als ich und so, ne? Nee, nee, du hast ja mit deinem Namen drauf. Naja, also, manche glauben einfach trotzdem zu sagen, ey, ja, du hast, äh, ja. Von jemand anders geklaut. Ja, ja, genau. Das hat Adam zu mir mal gesagt. Manchmal hat sie ganz zu mir gesagt, ja, ja, genau, der Yadu hat einen Sieg mit, äh, ich hatte so einen Sieg geholt mit 20 Kills. Ja, genau, 20 Kills und das Tor. LOL! Das ist ja übelst geile Kiste. Hier gibt's grad so eine richtig kleine Kiste am Schloss. Oh, wow! Was hast du denn? Oh, ha, tschüss! Goldener Agar mit... Hä? Das ist Baba! Junge, hart, Mann. Okay, lass mal spielen, komm. Warte, ich kill ihn noch. Oder er killt mich? Ja, natürlich, wenn ich unten bin, dann ist er oben. Alles klar. Hat er sich gekillt? Nee, wenn ich oben bin, ist er unten. Das muss wieder hochlaufen. Ob kein Bock. Mist. Welche Stufe bist du? Weiß ich nicht. Ich bin ein Fügeklau. Aber ich bin schon ein bisschen weit. Hä? Ich bin schon ein bisschen weit, aber schon ein bisschen weit. Hä? Das macht keinen Sinn. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? ein Gies hier? In verschiedenen Matches. Was ist ein Gies hier? Da steht, nutze ein Gies hier. Hä? Ja, ich glaube, das sind die Fälle, oder? Hä? Die sind noch dieser Fälle da, bei diesem Schiff da. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, diese fliegende Dinger? Ja, ja, wo du da drauf gehst und dann fliegen. Ich habe keine Ahnung, oder wie du da drauf gehst. Warte, bist du in einer Runde? Ja. Ja. Ich bin den kleinen... Typ nicht. Typ nicht. Aber warte, ich gucke kurz den Stream mal. Oh, Digga. Wow, Küche überträgt man komplett hier. Oh, ey, wo sind denn die Kackgegner? Äh, nehme ich auch mal eine Pistole mit. Ah, das ist fast. Das ist alles. Ja, das ist alles. Das ist alles. Das ist alles, was ich weiß, was ich so hieß. Hey, Digga. Du spielst gerade Kuppenteile. Hey, Dulu. Also, nee, Dulu. Das ist nur die Anfragen. Uh, den hat... Ja, was ist das? Guten Tag, wie geht's dir? Ist das ein neues Spiel? Musst mal auf die Straße gucken. Da sieht ein Auto auf der Internetleitung. Spannung Spaß, wann kommst du für mich besuchen? Das musst du selber wissen, hey. Hey, wo liest du das gerade? Auf dem Chat. Hey, guckst du mir gerade zu? Ja, ja. So, natürlich. Hey! Soll ich dir mal die Truhe zeigen? Wo ich gerade die AK habe? Hi. 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 Siehst du? Ja, beim Life ist es ein bisschen spät. Ich sehe gerade... Ja, genau. Alter, wie sieht die aus? Geil aus. Ich bin, ich gehe wieder weg. Ich bin gleich draußen. Hat sie verlassen? Äh... Äh... Ich jetzt einfach mal ein... Vielleicht hab ich ja länger. Ich hab dich abonniert. Oh ja, ihr Mann. Ich hab dich auch abonniert. Schon länger. Keine Ahnung, ich hab sie eigentlich auch abonniert. Aber keine Ahnung, warum es immer nicht abonniert. Ja, ich weiß nicht mal, wo Gegner ist. Ja, jetzt freut es mich auch noch, Digga. Ja, es sind nur noch 22 Gegner am Leben. Was passiert hier denn noch? Mit dem Riss? Ja, komm, ich verkack eh gleich. Ich muss meine Einstellung ein bisschen höher stellen. Bei mir ist es richtig langsam. Und ich ziele. Ja, Digga, zeig mal deine Einstellung mal kurz. Aber ich hab andere Einstellungen. Hm, Mann. Digga, du hast keine Match. Digga, du hast keine... Was kann ich nicht vermuten, Digga? Du bist richtig am Mars. Du hast fast nichts. Digga, der ist richtig einfach, Digga. Ja, da steht... Nein. In meine Einstellungen wurden verstellt. Ich weiß nicht, ich zeigte gleich mal eine Einstellung. Ja, das ist bei mir dasselbe. Du musst es jetzt schneller machen. Emma, sie ist jetzt lang. Boah, schüch. Boah, komm, 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 schaffst du, schaffst du. Hey, ich bin auch schon tot. Hä? Hä, echt? Bist du tot? Hey, ja. Ah, hier, aber Linie, bist du noch nicht so falsch. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen Verspätung, immer Verspätung. Soll ich mir auch Livestream machen? Ist egal. Ey, können wir bitte Checkback-Modus spielen? Nee, Digga, den hasse ich, diesen Hautnamen-Modus. Wir haben von auch mit ihm geholt. Das war echt schlecht. Ja, das sind alle... Das sieht nicht. Hä, doch. Guck, ich habe auch Heinglingleiter... Oh, geil. Ja, okay. Heinglingleiter hast du, aber der zählt dich in du. Was war denn die, Digga? Das ist sogar verfickend scheiße. Was? Ich habe im Solo 87 Siege. Ey, guck mal meine Einstellung an. Guck mal. Guck mal meine Einstellung an. Die sind richtig scheiße. Du, 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 du. Lass mal Woche 1 machen. Richtig scheiße Einstellung. Ich finde alles irgendwie zu kompliziert geworden. Irgendwie richtig kompliziert. Ich mache später mal ein bisschen, kein Bock jetzt zu machen. Komm, tritt bereit. Man muss sich halt wieder gewöhnen. Ja, das ist halt klar. Man muss sich halt ein bisschen gewöhnen. Das ist halt... So. So, da. Ich guck grad deinen Status an. Ja, hab ich ja gesagt, ich lüge nicht, Bruder. Bei mir ist ich nicht lüge, Bruder. Ich nicht lüge. Ich nicht lüge, ja? Ja. Ich gut Mensch. Ich sehr gut Deutsch verstehen. Okay. Wir haben letzte Woche... Nee. Lass mal hier hin. Ich spiele schon seit 1 Stunde 30 Minuten, äh, Live-Spiel wohl. Ja, ich hab auch vorhin gestreamt. Ich spiele auch. Ich spiele gerade seit 1 Stunde 30 Minuten. Ich hab direkt Live-Spiel angemacht, wo ich auch reingekommen bin. Also, wo ich in den Vater reingekommen bin. Ja. Hier zwei Dingster-Boomster. Dingster-Boomster, Dingster-Boomster. Boom, 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 boom. Oh nein, pack! Na bitte, ich hole das, äh, die Waffe vorhin. Da eben... Bitte, Deutschland. Nein... Deutschland hat mich nicht gehalten. Hat mir nicht gehalten. Den situations Central. Du wözel. Du wösel. Du wözel. PUBolitisch. Ich hab' gedacht, du kannst gut Deutsch! Nein, ich kann Arabisch! Boah.. Ha 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 ha. Nein, das ist bei mir! Mami! Mami! Äh, jetzt hab ich mal eine Woche, Digga. Was denn der Lack? Aaaaaah! Wo bist du denn? Du U-Razoon! Ich hab nämlich mal eine Woche geschickt! Komm schon an! Ja genau! Oh no! Mami! Äh, ne! Bitte verlass! Nein, der Tiermann kommt dir gleich! Na, bitte! Nein, komm! Bitte, sein Tier... Oh, komm, bitte! Sein Tiermann ist schon tot! Bitte! Ich wurde schon tot! Hä, aber er war niedergestreckt! Ja, er war niedergestreckt! Und dann wurde er sofort getötet... Dann wurde sein Team-Mate sofort getötet... Ja, weil ich ihn gefinischt hab! Nein! Sein anderer Team-Mate wurde auch getötet! Oh, komm jetzt! Bitte verlass! Mach nicht auf 31er! Boah! Das ist Gegner! Guck! Finish! Finish! Egal! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Ich weiß, es war gerade sehr unnötig, aber... Was heißt, es bringt mir doch... Hey, wo ist denn los denn? Keine Ahnung... Ne, ich schwöre, ich melde den ein, wenn ich... Warum denn? Nimm ich in den mir nie als Kaffee... Ich schwöre, Pekka! Äh, das war auch unnötig! Ich mach keinen Bock hier, bis die hochkommen, Alter! Ich mach irgendwie scheiße gerade, aber auch egal! Ich mach irgendwie kacke! Oh, halt die Presse! Ich komm schon wieder rein! Dreh mich, ich komm! Dreh dich! Dreh mich! Jaa! Oh mein Gott, Degger! Tschüss! Baba-Bahn, Buddha! Komm, 터chido! Abus Meine Gang ist frasch, frasch wie mit Kohlah Was denn? Was hast du gesagt? Was ist denn, hab ich gesagt? Was ist denn, was verstehe ich nicht? Was verstehe ich nicht? Ich habe mich gesagt, dass ich mich nicht mehr verstehe. Ich bin mir nicht mehr so ein Wollt. Ich hab mich nicht mehr so ein Wollt Ob ich dich nicht mehr so ein Wollt Ich habe mich nicht mehr so ein Wollt Was? Lagon, Lagon. Wie viele Abos hast du, hab ich gesagt. Warte. Geh mal aus. Geh aus. Ich hab 17. Ich hab 17. Wie hast du? Wie hast du? 37. Ich will so hart die 1.000 Apos schaffen. Weißt du warum ich die 1.000 Apos schaffen will? Ich will einen Traitor Code. Ich will einen Traitor Code haben. Und wenn man einen haben will, dann muss man über 1.000 Apos haben. Hab einen? Aber der hat nichts. Hab einen, aber der hat nichts. Tschüss. Na, 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 na. Woher? Ich will einen Heuer. Sonny? Hä, Sonny? Ja, ich weiß. Wo bist du? Ich weiß. Wie du weißt. Weißt du wo du bist, Digga? Ich werde dir zu 100 Pro gefickt, Digga. Ich versuch mal weg zu fliegen. Ist er fucking ernst? Boah, Digga. Du bist richtig neu, Digga. Geh mal Zono. Und hol mich irgendwie ab. Mit irgendeinem Haus, Digga. Mit deinen Tränzen. Du hast keine Ahnung. Ich bin nicht so frech. Und wo der Hauptsache, du würdest nicht aufkommen. Ich versuch jetzt zum Vulkan zu gehen und mir was abzuzunnen. Ja! Was ist das? Junge. Nein. Fack, Mann. Fack, Mann. Wenn man nicht so kurz, digga, das ist voll. Das ist voll der deutsche Red, ja? Nein. Das sehe ich aber nicht ein. Ja. X-Modi, X-Todi. Okay. Ich schaff's jetzt nur, bis das CD wurde. Aber sonst musst du selber schaffen. Hätte ich nicht gedacht, ich muss selber. Ja, ich muss sowieso. Ich hab' nicht mal eine Stunde. Wer unten auch eine Pfand, Digga. Ich hab' nicht mal was. Hä? Du denkst, ich hab' was dran? Ja, ich bin gut. Deswegen. Hä, warum? Ich hab' grad runtergesprungen. Digga, bist so behindert. Du bist so behindert, älter. Warum sprengst du, Digga? Ich dachte, ich schaff's. Auf Seilbahn. Wow. Ich versuch's, immer zu dir zu kommen. Ja, ich schaff das. Wohooo. Angeblich. Angeblich soll ich das schaffen. Da ist ein Luthof, gell? Ja. Ja, ja. Aber ich kann nicht zu dir kommen. Ja, also, sorry, ja. Hm. Bruder, aber warum bist du da die Landwilds? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Digga. Da sind welche. Also, ich versuch, wie ich... Als Zuschauer was gelappt. Oh! 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 Die geht aber heiß. Die geht aber heiß wie mein Speissticker. Ha! Garni! Kenne ich nicht, wo die sind. Das weiß ich auch nicht. Ja, genau! Genau, Digga! Genau! 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 Genau. Genau. Genau, Digga. Genau. So, die scheiß neue Pump macht so wenig Damage. Genau, Digga. Genau. Genau, Mann. Oh, mein Nahrungsluch. Ich lebe. Dann. Oh. Digga. Digga. Nennst du mich? Digga. Digga. Baller. Los. Ja. Baller. Digga. Ich mach dich Blach, Mann. Du nimmst dich Blach, ja. Ich mach dich Blach, Mann. Ich mach dich Blach, Mann. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Nee. Ah nee. Es geht nur über alle ich jede Woche. Jetzt neue über alle ich jede Woche. Das hat gone along. PewDiePie? Hat 87 Millionen. Warte, ich guck mal PewDiePie, was ist T-Series? Lasagne, bitch! Junge, was haben die T-Series? Was wollen die? Wo wollen die hin? Aber du wirst doch nicht achten, gell? Warum? Dann bin ich auch nicht. Du kannst nicht achten. Nee, bist du aber nicht. Dann bin ich auch nicht. Und du sagst. Was ist so gut? Hä, und? Ich kann doch Creator-Coden trotzdem machen. Nein, du musst ähm... Eltern sein, du musst äh... Ja, und? Ich komm zu meiner Mutter, sie lockt sich ein einfach, Digga. Hä, wenn die, äh, YouTube-Kanal gucken. Oh! Hä, was? Hä, der ja, nein! Das machen die nicht. Mit der Deine? Lecker, Digga. Michi, das ist so scheiße, dass wir das nicht mehr machen. Help, help! Oh mein Gott. Die sind so schlecht, Digga. Lass auf, hier, Bitch! Lass auf, hier, Bitch! Brauchst du Help? Ja, ja, ja! Du nehmst so'n Help-On? No. Brauchst du den nicht. Ja, ja! Nee, 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 komm mal wieder. Ja, ich schläge, ich streck sie so hoch. Aaah, mach mehr. Reiz, geh, reiz, geh bei dir. Hey, bei mir, die, aus! hey es ist sogar lang lasagne lasagne never came hey komm komm wer ist denn der Länge wer finde ich man Hey, alle haben gesagt, es geht, Double Pump wieder. Äh, äh. Ja, warum sagen das alle dann? Fortnite, Digga. Ja, durch euer Zeit, Mann. Äh, hauptsache ich nicht, das, ja. Ich hoffe nicht, wieder. Ja, komm. Ja, ich bin nur noch auf die Tour. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ey. Meine Bits, da. Hi, hey, hey. Hallo, Mellow Gang, und willkommen zu einer anderen Episode von Cooking with Marshmallow. Wir sehen uns auf der letzten Masked Singer Episode, Mellow. Ich denke, ihr habt viel Spaß mit unserer Gast heute, Nicole Scherzinger. Von der Peachmallow, Formelie of the Pussycat Dolls. Die Peachmallow, die Sie sind aus dem Hirschmallow. Die Peachmallow, die Sie sind aus dem Hirschmallow. Von der Peachmallow, die Sie sind aus dem Hirschmallow. Hallo, Mellow Gang. Lasagne, bitch. Lasagne. Lasagne, bitch. La ganga, big ganga. Ganga. Jetzt hat das Schuh schon was klappt. Den guckst du gerade. Keiner. Wo ist Schuhsa? Ah, ah, ah. Hörst du mal Brass und Plisa. Plisi. Team. Hallo, hallo, hallo. Lasagne, bitch, Lasagne. Ey, wie kann man, weißt du, wie man eigentlich Video stoppen kann, wenn man zum Beispiel von Share-Kasse in Video startet? Wie kann man dann Video stoppen? Weißt du was? Oder ausmachen, also Video beenden. Ja, genau, ausmachen. Du drückst kurz auf Share und dann drückst du auf Übertragung, Einstellung und dann, ja. Nee, nee, ein Video, nicht ein Livestream. Wenn man zum Beispiel ein Video macht, ich drückst so Share und dann starte ich schon ein Video. Zum Beispiel jetzt. Ich weiß nicht, wie du wendest. Moin, oder was gedacht? Ich würde sagen, und zurück zu meinem Video. Heute machen wir einen ganz normalen Duren mit Sani. Hallo. Ja, aber geht der Jetpack-Modus. Jetpack-Modus, das ist easy. Ja, komm, Jetpack-Modus, ganz easy, aber wir suchen das Schwere. Du kennst uns ja so, gell. Geht doch mal, ich war mit dem Bunker. Ich habe nur eine Scheiß-Waffe. Ich habe nur eine Scheiß-Waffe. Ich habe nur eine Scheiß-Waffe, meine, ja. Du arbeitest immer noch mit Kreis, gell? Ich? Ja. Ich mache das Standard. Ich mache nicht so... Ich war nur ein Dreier. Alter, aber mache ich... Hey, Digga, ich kann nichts wappen. Hä? Okay. Ich habe nur eine Waffe. Ich habe nur eine neue Waffe. Ja. Jawoll. Jetzt habe ich die neue Pfeil. Hält mich, hält mich, hält mich. Ich bin nur. Ist bald niemand, oder was? Ja. Ich habe nur eine Waffe. Kopf子. Duf. Herr. Herr. Hä? Halt uns erst so viel Hitskets transzent! Wie viel Hit hast du ihm gegeben? Keinen? Keinen Hallo Daphne is my friend It's happening to you again Hallo Daphne is my friend It's happening to you again Ja guck ich drücke jetzt wieder auf share Da wird dann nochmal wieder gedreht Das ist keine Ahnung Ich muss mal auf eine Stellung mal gehen Warte beschütze mich mal kurz ja Ja Ah ne ich bin glaube nicht immer runter Oder Oh ja ich bin in der Runde Warte ich stehe jetzt auf Einstellung Äh Ich konnte verworfen Ne das hat nicht mit dem System Teilen und Übertragungen Genau das Steam fast schon 2 Stunden Länge des Videoclips Ach ja das kann man einstellen Ja ich machs mal 15 Minuten Geht das dann auch Ich bin schon fast seit 2 Stunden Und da ist schon auch seit 2 Stunden Fast 2 Stunden Übertragungen Beide Geh mal kurz auf mein... Warte, ich mach kurz ein Stream jetzt. Und geh mal drauf. Und dann sag mir, was du hörst. Schreib mir deinen Kommentar, ja? Okay, komm. Schreib mal einen Kommentar. Warte. Moin, oder was geht am nächsten Mal mit Sonnen? Und zurück zu einem weiteren Leipzig. Hier ist wieder... Ah, Start, Moin. Ich bin einfach ganz normal Doos. Und ich versuche, einen Sieg zu holen mit Sunny. Hi. Wo, Leute, wie ihr wisst, alles, was ihr über Saison 8 wissen wollt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ah, oh, oh. Kann ich verlegen, was ihr hier alles. Weißt nicht, warum wir gerade Flugzeug haben, wenn wir das gelandet sind. Hä? Weiß auch nicht. Oh, ich suche so auf. Was geht? Oh, ich suche so auf. Oh, ich suche so auf. Jetzt gehe ich weg. Komm. Ich gehe mal auf mein Leipzig. Leipzig. Trin. Geh einfach auf Party. Ich suche so auf. Das geht nach. Ich suche so auf. Push nicht, nein. Push nicht. Ich sterbe aber. Hättet... Nein, wo bist du? Hallo? der junge er kommt Du kleiner Pietsch! Alles klar! Hey, neue Rettet-die-Welt-Videos! Wollt ihr mich verarschen, Mann? Boah, Alter! Ey, neue Rettet-die-Welt-Videos! Ja, das hat früher immer Rettet-die-Welt-Videos. Jetzt fängt ja eigentlich ein paar so lang. Ich hab dir geschrieben. Hä, wo liest du das denn? Na warte, ich hab irgendwie sowas eingestellt, dass... Hey, neue Rettet-die-Welt-Videos! Ich hab irgendwie sowas eingestellt, dass ich dann die Kommentare höre. Wenn... 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 Ach... Ja, Digga, das... Das ist zum Beispiel... Warte! Jetzt ich auf eine weitere Einstellung... ... ... Nachricht an die Zuschauer... ... ... ... Geschwindigkeit normal. Stimmenlage. Normal. Okay. Alter, yo. Wow. Der Herr, warum hast du geliebt? Wir haben Bock. Hey, Junge. Ich hab auch nicht geliebt, wie du gespielt hast. Schreib mir noch ein Kommentar, komm. Jetzt muss ich eigentlich klappen. Ey, diese Banane ist so geil. Welche? Die Banane. Ja, die sind Skinny. Was passiert dann? Komm, schreib mir noch was. Schreib mir noch was. Was ist denn? Was ist denn? Hast du geschrieben? Warte. Jetzt guck mal kurz Battle Pop an. Ich hab gerade eine goldene Pomme gezogen. Weißt du, wer gerade bei mir ist? Wer? Nee, sag mal. Weißt du nicht? Überlebt mal. Sag mal. Nein. 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 Wer denn? Keine Ahnung, Junge. Ich kenn keinen. Wer? Nicht. Ich kriegst noch welche. Sag mal. Nein, nein. Adem. Hammea. Keine Ahnung. Hey Junge, sagt mal jetzt. Sag mal. Nein. Kann ich nicht. Sag mal bitte. Nein. Bitte. Bitte. Bitte später. Steck den Koffer in den Minder. das ist von aller welt guck mal er macht High Kick das ist ein richtig High Kick ne 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 oh Max oha Süß, er kann richtig gut boxen ey wer Junge er kann richtig gut treten oh my god ja wow, interessiert mich nicht ob er gut treten kann oder nicht ich lege auch, dass er kann was ich bin gerade mal mit das sagt wenn du meinst das sagen wer mehr Das wäre echt schwer. Ja, das weiß ich selber nicht. Weißt du nicht schwer? Nein, ich kenne keinen. Keinen. Ich kenne keiner. Ich bin ein Einzelkind. Aber sag mal. Sag mal jetzt, Dinger. Ich bin von vorn in den Stuhl geflogen. Junge, guck mal jetzt. Sag mal. Nein. Ich habe keinen Bock mehr. Sag mal, bitte. Das ist niemand. Nein, kein Bock mehr. Das ist niemand. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Okay, ich werde es machen. Okay, ich werde es machen. Ja. 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 season 8 war so eine zweite stufe ja hey wir hast du die zweite stufe ja da musst du level 14 sein welches level bist du? ach da musst du level 14 sein lass mal wer ist bei dir? ist keiner? nee digga fick dich mal keine ahnung ist sie nicht mehr? ist sie nicht mehr? hallo sieh aus der weg hallo 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 moromet 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 Aber wie kannst du, ähm, Hä? Ich versteh das nicht. Na, ähm, bei mir habe ich jetzt, ähm, da ist die Kommentare ausgeschaltet, gell? Und die gehst du immer auf Shared hast und dann musst du immer auf die Kommentare gucken, gell? Mhm. Obwohl, ich kann doch einfach nebenbei YouTube anhaben, auf mein Handy. Hallo? Ja, brauchst du Akku. Ach, egal. Kann auch genau, um jetzt gucken. Wieso hast du besser Sicht? Ja? Ah. Hast du auch recht, aber... Hm. Mit den Kommentaren ist halt besser, oder? Anzeigen. Finde ich nicht, da ist man ein bisschen weiter von dem Spiel entfernt. Da sieht man, dass alles zu viel. Aber ist trotzdem eigentlich nicht gut. Aber wenn, aber, ähm, wenn jetzt jemand mir zuguckt, dann wird ihm angezeigt, ein Zuschauer und so, gell? Ja, bei mir wird das selbst auch angezeigt. Hm. Bombe-Tag. Ist das bei dem Gegner? Nö, ich baue... Aber hier ist der Gegner. Nein, ich habe nicht recht lassen, ne? Ich habe ihn ja kaum, ne... Ich habe ihn gerettet. Jagt, ich wäre gerne. Low, 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 low. Low, 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 low. Er ist low. hab ihn das ist das bussen warte lassen ja ich habe ihn 100er hit gegeben meine paum nein ich habe ihn getötet hast du Pamka Muni? ne ich hab nur 7 also danke aber hier hast du noch was ach jetzt hab ich was aber bei mir lägst du witz ey soll ich mich heilen mit dem minikett? ne oder? doch mach und gönn die meskett und gönn sie nach jedem bitti oh neue Pam hey neue? hast du auch eine? hey welche? ja die nenne ich die neue ach ach so ja ja war die schon längst drin aber die neue trotzdem neue ich kacke nicht weil viele menschen die zu dumm sind verstehen das einfach nicht doch nimmer guck mich zu uuuuuh schaue als zuschauer was gehtda ab? hä das wird mir gar nicht angezeigt dessen zuschauer jetzt ist mir angezeigt wesetаки er ist angezeigt wenn ich auf ob es so gehen wir sind der ach so mini war das warte 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 ich habe mir leckst du bist bei mir leckst du die zone ist Ja, deswegen, Digga. Ich geh nicht über den Grund so weit da weg, Digga. Guck mal, wo ich bin. Ja, wo bist du, Digga? Oh mein Gott, guck mal, das ist ja in den Fernsehen. Ich hab Lama, aber. Oh, krass, in den Flammen. Es ist geil. Was hast du? Ich habe Lama. Lama? Echt? Jetzt? Ja. Gib mal was ab, ja? Nee, kein Bock. Ich geh immer noch was. Nein, komm. Schrei, Mellos Report. Okay, ey. Komm, Zona. Hä? Ich glaub, ich hab' Zona's. Ich glaub, ich hab' mit der Nacht wird der Jetpack-Modus spielen. Weil wir beide YouTube-Anhaben. Aber wir haben beide YouTube-Anhaben. Auch so hat das Zuschauer was gelacht. Zweiter Zuschauer hast du bei mir... Ja, warte, ich änderte sie da um, ja. Sehrig. Ja. Hey! ja ich kann ja ich kann ja die gar nicht von aller welt ja er hat ob das sein lagerfeuer ist kaputt PUSHEN! 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 PUSH! PUSHEN! Du bist richtig! Du kannst auch PUSHEN! Ich PUSHEN! Na guck, hab ich doch gewusst! Komm zum! Du hast Mad kickt, Bruder! Geil, komm! Komm zum! Ich geh mir kurz Mad kickt, warte mal! Komm! Lass es mal echt zum Kotzen, Digga! Lauf einfach! Komm, lauf! Komm, die Zone ist, alter! Hey, wenn wir jetzt Müll holen, dann rast ich aus, Digga! Ich hoffe, dass in Ludlich noch ein Lüftbrot ist, Digga! Wenn wir jetzt Müll holen, dann rast ich aus, Digga! Warum? Ehrlich, weil es mit Zeit der Wind heute ist! Nee, sieht jetzt eben! Ja, das ist komplett aus! Ja, dann wird das mein 6 dauern! Finde ich das hier sein! Was? Hey, guck mal hier, das wurde auch ungeändert! Das Haus! Ja, ja, alles wurde ungeändert zu Piratenlagern und sowas! Was? Das ist echt geil! Und bei jeder Fall... Du musst ja hingehen! Du musst sogar hingehen! Ja, ja, man muss... Ja, man muss... Das hab ich schon besucht! Kommst du? Hm... Ich hoffe, sie finden so ein Fahrzeug oder so... Ich hab ein Fahrzeug! Ja, Quatt! Was auch? Was hast du? Ich hab ein Quatt, hab du nicht mehr... Aber da sind ein Drift-Bot! Ey, 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 ey! Du bist nicht in aller Welt! Nein, hier hast du ein Quatt auf den Schäden, nein! Ja, komm, 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 komm. Das ist doch Quatt, oder? Watt, so, das sind viele... Lauf doch, lauf, lauf! Schaut auf die Gegner! Aber nicht Lootlag reingehen, gell! Schaut auf die Loni! Geh raus, geh da hinten lang! Da, da, ja genau! Ich stell' dich raus! Digga, aber die Hunde uns müssen wir nicht lassen, Digga, die können wir so hart kennen! Der eine war richtig nützlich, Digga, der war nicht so einer, der gut war! Feeling good, so hat es uns zerstört? Ja! Was ist das? Weißt du das nicht? Das war früher Wal-In-Roots, gell? Ja, Wal-In-Roots wurde von den, äh, von den, hier, von den Vulkanen übersprungen und dann, keine Ahnung, blöd, also wo? Keine Ahnung! Was geht noch? Wo? Von da eben, wo du nicht bist. Hey, nehm die Gordne, nehm die Gordne! Genau Digga! Nimm die Gordne! Weil die, die MP ist stärker, gell! Gut geladen! Ja genau, Mann, wir haben mich hitzelt, Alter! Aber die MP ist, äh, die MP ist stärker, gell! Ja, ich nehm trotzdem P90! Kommen wir in den Win! Easy, okay? Ja Digga, wir können, wir können nur hinholen, aber lass mal so safe spielen Digga! Wo sind denn da Driftbots hin? Kannst du die Minis hier mitnehmen? Ich kann nicht, ich hab doch Verbände dagegen! Das sind 6 Minis, Norden! Das sind 6 Minis! Ich hab 5 Verbände! Nimm die einfach! Ja egal, ich hab zwei Mid-Kicks! Okay! Nimm dein Schiffkort! Wo ist mein Schiffkort? Hast du's? Ach, warte, hier ist doch ein Piratenlager! Ja! Nein, Junge! Ach, Alter! Ja, ich hab's hier! Da ist ein Newtok! Siehst du den auf der Karte? Mh, ja! Wollen wir dann ihn gehen? Ich hol den, okay? Du bist ja bei denen! Ja! Ich wollte den auch holen, aber... Jo! Oh mein Gott! Ich bin mit dem Driftbots sofort aufs, äh... Nimm das Schlöp! Nimm das Schlöp! Ja, ja! Junge, ich bin sofort so, äh... Ich hab Backliff und so gemacht, dann bin ich sofort mit den, äh... Riftbots aufs Drumpet gelandet! Zock! Ich schwöre, Digga! Sechs Leute nehmen auf! Dann können wir die dummer Klasse machen! Hey, wir holen das sowieso! Nicht! Nicht! Wenn ich sage... Nee, red nicht darüber, wissen wir nicht schon! Naja, wir reden einfach nicht darüber! Ich hoffe, wir haben Glück! Hä? 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 Warte! Warum das schaffen wir locker? Okay, nein, wir reden einfach nicht darüber, dann holen wir das auch! Ja! Oh! Ähm... Ein Solospieler! Ein Solospieler! Ja, genau! Das einzige, was wir jetzt gebrauchen, ist einfach nur ein Raketier! huh? Ne, ich kenne so die Spieler! Hä? Oh! Das stimmt! Ne! Nur noch viel Spieler im exploitation! Echt?! ja 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 genau genau ganz oben ganz oben ganz oben ganz oben hast du mir ist für mich doch der mini stoppen wir müssen so Junge, ein Zug! Ja genau, alle beide! Genau, deswegen habe ich gesagt, dass wir das schaffen. Ja, kill ihn, Mann! Bitte, komm, bitte! Nein! Ja, Mann! Ich habe was gesagt, sag nicht! Mann, es war so dumm von oben! Oh, Mann! Was macht die unnötig? Alle beide, alle beide so pushen uns, Alter! Genau, Digga! So alle beide neben uns! Nur einer von oben, einer von unten, Digga! Genau! Genau, Mann, wahrscheinlich! Wir haben keinen Bock mehr, Digga! Alle so, einer rechts, einer links, einer vorne! Was ist das? Ich habe gesagt, der ist überhaupt nah! Ja! Hast du Jetpack und Pumpgun? Ja, das ist schon so! Ja, aber der Tim, die Siege nicht! Ach, ist doch egal! Eine Runde! Eine Runde! Hä? Ich nehme genau die gleiche Kind, die ich vorgenommen habe! Nein, ich hab' nicht nur... Nein, ich hab' nicht nur... Ich hab' nicht nur... Ich hab' nicht nur... Das war's normal... Ich hab' nicht... Veronica, hallo! Kannst du sprechen? Komm mal! Leute, du bist Deutsch! Was ist ein Zufall? Die Kartoffeln, die hat alles. Abkennst du, da waren sie nicht. Komm runter. Kannst du mich nicht strecken? Dann ist es korrekt. Ich hasse diese Morgue-Tippe. Das ist so krach. Das ist so krach. Okay, das sind ein bisschen mehr drin, aber... Bruder, ich bin so schlecht ein bisschen mehr da. Egal. Man schafft trotzdem Kids. Die Runde waren fast alle Lütz für uns. Ja, wow, jetzt kommen die ganze Schwitze. Müssen es sein, dass immer Lütz für uns. Und immer die erste Runde kann feiner spielen, weil er sich nicht eingespielt kann. Und immer so welche immer rumholen und sagen, Ja, ich kann mich an, dass ich nicht eingespielt kann. Nein! Mama! Na, wala, du ja! So kommt der Nöte, der Nöte, der Nöte! Oh! Hö, 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 Hö. Hier, Gottesdienst, Bruder, alles. Wisst ihr? Warum bist du zum Schiff gegangen? Weiß ich nicht, war zu dumm. Ich brauch eine Waffe! Ich werd's mir eine geben? Nee. Ich hab auch keine. als ob du keine hast du hast den ganzen auszumuten ach man kann hier so gut machen ja ich habe eine technik die leute da war so gut ja ja genau erst mal ja genau ich hab dich schon längst gesucht die meine waffen klaren kann das ist nicht fertig das ist doch das ist doch diesen as sind . dass ich da wo du bist ist so Ich weiß nicht mal, wie du bist. Nein! Das ist so ein Hacker! Das ist so ein Hacker, bitte! Du bist wirklich so hart! Ehrenmann, ne? Kommst du schon mal zu Ehrenklar! Ehrenmodulation! Ja, richtig Ehrenmann! Mann! Kommt doch schon hin zu mir, Mann! Genau, Alter! Ja, komm kurz zu mir, du hast gesagt, bei mir ist jemand! Ich war bei dir gekommen, ich bin jetzt abgehauen! Ja, keine Ahnung! Ja, was? Keine Ahnung! Er hat dein Leben... Hä? Guck, er bin auf Doppelpunkt! Guck! Guck, das frage ich mich gerade, warum er Doppelpunkt benutzt! Pau! Digga, ich schwöre, er hat Doppelpunkt bei mir von... Warte, warte! Geht bei hautnah Doppelpunkt? Nein! Hä? Vielleicht geht bei hautnah Doppelpunkt! Doppelpunkt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.